Der erste Impuls kommt immer zu meinen Beinen. Also ich gebe erstmal immer das Kommando meinen Füßen, meinen Beinen, meinen Knien, meinem Becken. Ihr müsst jetzt so und so euch bewegen, damit mein Körper stehen kann, damit der Körper laufen, gehen, rennen, alles kann. Wilke Pan ist Testpilotin. Hier meistert sie einen Parcours mit schwierigen Aufgaben. Ein anstrengendes Rennen. Man nennt es Cybertlon. Dann ist das halt ein Parallelweg, dass das meine Hand ist, die auf den Knopf drückt, der dann den Computer betätigt und so weiter. Ich denke an meinen ganzen Körper mit dem Exoskelett zusammen, als eine Einheit. Und dass wir als Einheit zusammen diese ganzen Bewegungen machen. Sie ist ein Glücksfall für die jungen Wissenschaftler von der Schweizer Universität Lausanne. Eine Athletin wie Silke gibt uns die Chance, die Technologie für so einen Wettkampf schneller zu entwickeln als mit einem normalen Piloten. Früher ist Silke Pan als Artistin aufgetreten. Bis 2007. Dann passierte ein schwerer Unfall. Sie stürzt beim Training ab, vom Trapez. Seitdem ist sie vom Becken ab querschnittgelehnt. Ins Leben musste sie sich mühsam zurückkämpfen. Ägle in der Südschweiz. Heute ist Silke Pan Profisportlerin, fährt Handbike auf Weltmeisterniveau. Hier im Rohnetal hat die Spitzensportlerin ideale Trainingsbedingungen gefunden. In der Reha-Klinik hat sie das Sportgerät Handbike überhaupt erst kennengelernt. Das wird ihr Sport. Und ihre Leidenschaft. Wo ich dann angefangen habe mit dem Leistungssport im Handbike, das war für mich auch so ein ganz großes Gefühl. Da konnte ich wieder dieses Gefühl des sportlichen Körper zurückfinden. Einfach die Muskeln, die brennen und dann, dass man schwitzt und dass man sich anstrengt. Und das sind eigentlich diese Gefühle, die man auch als nichtbehinderter Mensch im Sport hat. Täglich hat sie hartes Training. Da habe ich schon Glück, dass ich da diese Strecke habe. Dass ich da so viele Kilometer an dem Fluss langfahren kann, wo keine Autos sind. Ausdauer, Disziplin und mentale Stärke. Das hat sie aktuell auf Platz 2 der Weltrangliste im Handbike gebracht. Handbike, wie man das Paracycling-Weltmeister schafft. Mit am Start Silke Pan. Eine weitere deutsche Athletin. Auch sie zählt zu den Favoritinnen in dieser Kategorie. Ich mache jetzt schon gut 13 Jahre Handbike. Neun Jahre wirklich im internationalen Hochleistungssport. Und da habe ich so viel erlebt. Und das sind alles Schätze in mir. Leistung bringen zu wollen, das war für mich immer eine Motivation, weil das bedeutet für mich, an mir selbst arbeiten, an meinem Körper, meinen Körper wieder zu etwas Besserem zu bringen, meinen Körper wieder zu etwas Großem zu bringen, trotz dem Faktor, dass da etwas ganz kaputt gegangen ist. Beim ersten Cybertlon 2016 traten 25 Nationen an. Wettstreit der Piloten- und Forscherteams in der noch jungen Wissenschaft der Robotronik. Natürlich gab es da auch Rückschläge. Also jetzt das erste Cybertlon, wo wir eigentlich gut waren. Also wir haben ja das Rennen begonnen und da waren wir in erster Position. Und da blieb ja nur noch die letzte Hürde und das waren die Treppen. Und eigentlich waren die Treppen das, was für mich am einfachsten war. Und dann hält sich dieses Egliskelet an. Ich war eine Salzstatue, ich weiß nicht, ich war einfach da und konnte mich nicht bewegen, ich konnte nichts machen. Ich musste nur zuschauen, wie die anderen mich überholen. Die Technik versagte, die Elektronik war ausgestiegen, komplett. Viel hat sich seitdem getan. Das Schweizer Forscherteam hat sein eigenes Start-up gegründet. Der Prototyp des Exoskeletts wird ständig weiterentwickelt, vor allem die Steuerungselemente. Innovative Forschung für Querschnittgelähmte. Gebaut wird das Modell Trice ausschließlich für medizinische Zwecke und für die Reha. Silke ist jemand, die klares Feedback gibt, ob etwas funktioniert. Sie kennt ihren Körper, versteht, was abläuft. Damit können wir die Technologie präzise verbessern. Das Ziel ist, dass die Hilfsgeräte auch alltagstauglich sind. Bei Silke Pan zu Hause steht das Training für einen hochdotierten Wissenschaftswettbewerb an. Dafür muss jede Übungseinheit minutiös mit der Kamera dokumentiert werden. Silke ist schnell. Ihre Zeit wird gestoppt. Das sind anstrengende Tage für sie. Aber diesmal gewinnt das Team mit ihrer Testpilotin. Silke kann rasend schnell Informationen verarbeiten. Sie gibt dann Feedback, sagt, ihr müsst dieses oder jenes verändern. Für uns ist das sehr wichtig, so jemanden zu haben. Sie leistet einen großen Beitrag für zukünftige Generationen, die dann das Gerät leichter handhaben können. Der Preis ist hoch dotiert. Geld für die Weiterentwicklung des Exoskeletts. Ich habe im Laufe der Jahre immer ein besseres Körperbewusstsein bekommen. Und diese ganzen Jahre, in denen ich das Exoskelett benutzt habe und da geholfen habe als Testpilotin, haben mir geholfen, auch mein Becken und meine Beine wahrzunehmen, ohne sie zu spüren. Und das ist natürlich etwas, was mir jetzt bei den Handständen enorm hilft. Silke Pahn trainiert wieder. Für eine Akrobatikvorstellung. Wenn ich zurückschaue, bin ich extrem glücklich und erfüllt mit dem, was ich erreicht habe. Weil sich jetzt eine neue Tür für mich öffnet und ich bin ungeduldig, jetzt endlich diese neue Tür aufmachen zu können von der Artistik. Aber ich bin auch froh, diese Jahre im Leistungssport gemacht zu haben. Für die Spitzenathletin beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem Leistungssport wird sie nun aufhören. Handbike fährt sie jetzt nur noch zum Vergnügen. Bei den nächsten Cybertlon-Rennen will sie auf jeden Fall für ihr Team antreten und gewinnen. Als Testpilotin im Dienste der Wissenschaft. Doch ihren größten Sieg hat sie gerade auf einer anderen Bühne gefeiert. Sie ist zur Artistik zurückgekehrt. Vor wenigen Tagen ihr erster Auftritt vor Publikum. Der Kreis schließt sich. Applaus 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 Applaus